Hallo liebe Leute herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 2 Remake und ich hab doch hier... was ich sagen wollte ich hab gerade aus dem Fenster... vom Balkon runter geguckt und es ist eine gute Nachricht für alle Beteiligten ich muss nicht den Schnee wegräumen war doch nicht so viel Mann die Stecker ich hab vergessen wo die Stecker waren da war noch irgendwo in der Scheiße da in der Kacke da irgendwo ein Raum wo... wo was versteckt man nein, nein, klär dir sogar viel wo noch so irgendetwas lag Fette steht da nicht wieder auf genau hier nehm... mal der Raum mit den Steckern ja... ich kann hier das Ding kann ich da hochfahren was bringt mir das war ich da oben schon mal weiß ich nicht nehm... so... dann tun wir hier jetzt mal speichern ja... dann tun wir mal die Stecker raus und dann tun wir die mal alle verbauen so... 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 hier kommt der Pferd rein habe ich ein Pferd ich habe kein Pferd nehm... ist ein Pferd hier? nein... das ist kein Pferd hier ist auch nichts hier ist der Bauer der ist aber richtig der Bauer ist richtig da ist... da muss ein Pferd ist das hier ein Pferd? genau das ist das Pferd genau das ist das Pferd dann kommt der schon mal hier rein so... zack das ist gut hier leuchtet auch äh... rot ok bin ich... bin mir ziemlich sicher der Warnblatt der Läufer und Dame und Dame nicht äh... sind äh... was das Turm und Turm und der Springer an derselben Wand sind Turm und der Springer wer ist Springer? äh... äh... was war das Pferd? Turm und der Springer Turm hab ich na ist das hier der Springer? ja gut wenn das der Springer ist dann müsste der Turm hier rein ja so... und Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber wer ist das? der Turm ist da ja komm dann dann ist der König hier drin das ist nicht meine Stärke ja du hast recht hm... das ist doch der Läufer oder? Moment... noch mal Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber an derselben Wand ja sind die doch Turm und Dings an derselben Wand soll ich die nebeneinander mal tauschen mal sehen was passiert aber dann ist er gegenüber vom hm... dann ist er aber nicht gegenüber vom ja das hört nicht hin ne das... also so hab ich mir gedacht das wäre richtig aber das ist doch Läufer hier da... ja eines Läufers Moment... 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 eh... bin mir sicher dass der Turm und der Springer nebeneinander an derselben Wand sind und der Läufer und Dame nicht nebeneinander hm... dann müsste... ne ich verstehe den Scheiß nicht an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander ja hab ich doch ey... was wollen die... das ist doch nicht nebeneinander da... da ist der Läufer und da ist der... Turm und Dame und Turm liegen sich gegenüber tun die auch da Dame... da Turm ich muss hier noch irgendwie Strom einschalten bestimmt oder? ja... nein... die sind doch richtig da, Pferd, da... ne... ich kann mal Idee mal untereinander tauschen mal sehen was passiert er ist ja jetzt gegenüber von bauern passiert auch nichts jeder war richtig verflucht noch mal das hier ist richtig das ist so nach dem Schwachsinn wachs der da geschrieben hat ist das richtig wenn er nicht die Dame mit die Dame untersuchen ne das ist die Dame im alten Spiel war das einfacher da hat man die einfach da rein gestoppt und dann ist halt aufgegangen bin mir ziemlich sicher dass der Turm und der Springer an derselben Wand sind Moment 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 hier ich hab Scheiße gebaut vielleicht so Turm und der Springer an derselben Wand an der Wand derselben Wand sind Läufer und damit nicht nebeneinander so also müssen ich versuch mal jetzt Läufer König Machen wir König hier rein und Dame hier rein den Turm du mal hier rein und den hier rein jawoll ey Motherfucker ey Scheiße Dreck Scheiße Leute meine Batterie ist fast leer ja Mist ich muss mal hier das Ladekabel mal nehmen und mal hier rein tun so das Scheiß Ding ist viel zu kurz ey der Scheiß Ladekabel aber ich tue mal speichern vorher muss mal gucken wie viel Zeit mir überhaupt bleibt drei Minuten ja muss mir ein bisschen dichter ans Fernseher dran na speichern ja ja so endlich mal geht es weiter mit der Story Leute hier ja so so Scheri ich komme Spiel speicher so oder so ähm ja nehmt mal da ist noch ein grünes ich hab noch ein paar rote ne ich hab was ist denn los schon wieder Weta Vorhersage die ist verschlossen muss ich von der anderen Seite öffnen so und dann nehme ich noch ein rotes dazu dann haben wir wieder mal wieder was zu heilen kombinieren kombinieren ich weiß nicht ob ich nicht die die Knarre der Weg tun sind drei Plätze egal nehmen mit so 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 was gibt's hier kann ich Ihnen das öffnen der Strom muss aus sein ja wie auch immer das ist doch Standard Strom muss immer aus Zombies irgendwo naja man ich dachte an Munition für für die für die Maschinenpistole gut dann müsste ich immer jetzt mal Strom einschalten oder was müssen wahrscheinlich ins rote da war wieder Glück na zwei oben einer äh drei oben einer unten der dritte unten das ist doch der William wird das gespeichert haben du vielleicht werde ich verrägter das w du du w w w w w w fuck Leute, mein Timer klingelt Pause oh Leute, scheiße wir machen ab hier im nächsten Part wieder weiter macht's gut und tschüss Leute